Hi Leute, ihr habt es geschafft, der schriftliche Teil ist vorbei, jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen durchschnaufen und in diesem Video werden wir mal die Wieso-Lösung besprechen für den Teil Kauffrau Kaufmann für Büro-Management. Also, los geht's. In der ersten Aufgabe, da ging es um das Thema Unternehmensziele, habe ich auch mal ein Video zu gemacht, komplementäre, konkurrierende, indifferente Ziele und hier meine Lösung, alles ohne Gewehr, das sind meine persönlichen Lösungen, das heißt nicht, dass die hundertprozentig mit der IHK-Lösung beeinstimmen, ich gehe aber mal davon aus. Also, 2, 2, 3, 1, 1, bei der Aufgabe 2 bleiben wir noch bei den Zielen und da ging es um das Thema soziale Ziele und ja, Recycling von Holzabfällen in der Produktion, die Nummer 5, das ist kein soziales Ziel. Aufgabe 3, da ging es auch um das Thema Produktionsfaktoren, genau, nicht mehr Unternehmensziele, sondern betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren und da war die 3 die richtige Lösung. So, nächste Aufgabe, ja, da ging es um das Thema GmbH, da ist die 4 die richtige Lösung, bei der 5 ging es auch noch um GmbH und zwar um die Haftung, da ist die 2 die richtige Lösung, ja, bei der Aufgabe 6 ist die 5 die richtige Lösung, bei der Aufgabe 7 ist es die 1, bei der Aufgabe 8, da ging es um das Thema Factoring, ja, das ist die Nummer 4, das ist die Nummer 4, das ist die Nummer 4, das ist die Nummer 3, bei der Aufgabe 10, da ging es um das Thema Prokura, genau wie bei der 9 auch, das ist die 2, bei der Aufgabe 11, bei der Aufgabe 11, 1 und 3, bei der Aufgabe 12, die 5, bei der Aufgabe 13, die 4, bei der Aufgabe 14, ging es um Konjunktur, da ist die richtige Lösung die 1, genauso wie bei der Aufgabe 15, ging es auch um Konjunkturzyklus, Trend und saisonale Schwankungen, da ist es 2, 1 und 3, bei der Aufgabe 16, 2, 1, 1, 2, übrigens, ihr kriegt auch immer Teilpunkte, also, auch wenn ihr jetzt nicht alles immer 100% richtig habt bei diesen Übungsaufgaben oder bei diesen Aufgaben, wo mehrere Sachen eingetragen werden mussten, wie hier zum Beispiel bei der Aufgabe 16 oder 15, gibt es halt Teilpunkte. So, bei der Aufgabe 17, da ist die richtige Lösung die Nummer 1, bei der Aufgabe 18, da ging es um das Thema Ausbildung und, ja, was ist da falsch, Probezeit 6 Monate, 3, Probezeit für Azubis beträgt 1 bis 4 Monate. So, dann die Aufgabe 19, 4 und 6, bei der Aufgabe 20 ist es die 2, ja, also Berufsbildungsgesetz und bei der Aufgabe 21 ist es die 1, ja, also, welches Gesetz hält die entsprechenden Regelungen bereit für das Thema Auszubildenvertretung und das ist tatsächlich das Betriebsverfassungsgesetz, nicht das Berufsbildungsgesetz. Bei der Aufgabe 22 ist es die 2 und die 4, da ging es auch um das Thema Jugendarbeitsschutzgesetz und Arbeitszeitgesetz, bei der Aufgabe 23, ja, das sind es immer so, ich sage immer, schöne Aufgaben, das ging es um das Thema Brandschutz, ja, was soll man dann da machen, jo, 3 und 5, ne, also Notruf und Fluchtweg. Aufgabe 24, genauso, schöne Aufgabe, Gesundheit am Arbeitsplatz, braucht man nicht viel lernen, eigentlich ziemlich logisch, ist die 5, ne, also ist klar. So, dann die nächsten Aufgaben, die 25, da ging es, ähm, ja, um Rechnen, also Kaufmanus zu Rechnen und die richtige Lösung ist hier 4.920, Entschuldigung, und bei der 26 musste man auch ein bisschen Rechnen, da ist es 15.552 Euro. Aufgabe 27, da habe ich die 2 und die 3, bei der Aufgabe 28 die 1, bei der 29 3, 1, 2, bei der 30 die 5 und bei der 31 die 3. Wie gesagt, das sind meine Lösungen, alles ohne Gewehr, vielleicht noch kurz meine Einschätzung insgesamt, der Visuteil, ich würde sagen, normal, so vom Führigkeitsgrad wie immer, ein paar Aufgaben waren schon vielleicht ein bisschen tricky, man musste wieder sehr genau lesen, bei der einen oder anderen Aufgabe, aber auch Sachen wie Prokura, GmbH, Konjunktur, Sachen, die eigentlich immer drankommen und natürlich sowas wie Umweltschutz, Brandschutz, geschenkte Punkte mehr oder weniger. Ein paar Sachen waren tricky, aber im Großen und Ganzen glaube ich und hoffe ich, dass es bei euch einigermaßen gut lief. Ich drücke euch auf jeden Fall ganz, ganz, ganz fest die Daumen, schreibt gerne mal in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!